Kommt zu einem neuen Video von GTA San Andreas Oh, es ist auf jetzt! Was ist denn noch bei uns? Kann sein. Wenn du durchgehend bist, kann ich dir. Steig mit mir! Wo am ich? Wir haben 10-17, Kilometer und Kanton. Steig mit mir! Mhm, mh 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 mh. Das ist der Scheiß. Was ist denn hier? Was ist denn hier? Irgendwie hier Deppen hier Ah da ist es Da haben wir es gefunden Da haben wir es gefunden Das war's Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. No reason. I just wanted to get in the car pool lane. Oh, yeah. Yeah, man, let's cool out, homie. Cheerio. Yo cousin coming here, from Mexico. Yeah, me and her go way back. Way back. Ah, smoke, you're full of shit. You want me to smash you now? Don't be prejudiced again in my presence, Carl. Everybody is my cousin. I'ma break your neck for that. Okay, this is the... Okay, my cousin Mervyn's in there. Sweet, sticky, but fresh off the plant. Oh, yeah. Yeah, there's a table here where you're going to be there. Fancy the locking. Hey, fuck you, cabrón. What? No, that ain't nice. Coffee-o up El Weed-o before I blow your brains out all over the patio. Yo, chinga tu madre, pendejo. Man, fuck off, man. Fuck off, man. Get your smoke home, man. Get that shit, man. I can't hear what you're talking about. Yeah, fuck off, a big smoke. Remember that night. We gotta stick with it. 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 No. Arrggg. Arggg. 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 Ah, das ist so... Ah, das ist so... Ah, das ist so... Ah! Ah, das ist so... 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 Ah... Ah... Ah, das ist so... Ah, das ist so... Ah... Ah, ja... Danke... Affen... Ah, das ist so... Ah... 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 You really want to fight me?! I'd give up now if I was you! Come on, get in! Target the bastard! No, no! Let's tie in the news! Fuck you! My shit! Fuck at me, pal! You're dead! Welcome to San Andres! Warte! Asshole! Excuse me! Der hätte ich auch mit Schrot richtig ballern können. Der hätte ich mit Schrot aber richtig ballern können. Ich stiege wenn ich zuerst die Schrot geholt habe. Das heisst, ich denke zuerst die Schutzdinge und dann die Schrot. Zuerst die Schutzdinge und dann die Schrot. Zuerst die Schutzdinge, ja ich hab die ganze Zeit da in die scheiß Wand geschossen. Ansonsten bin ich die ganze Zeit in die Wand geschossen. Hätte ich die ganze Zeit in die Wand geschossen, hätte ich vielleicht sechs Stunden geschafft. Da wäre ich die fünf Stunden, wenn der Meer tot gegangen wäre. Aber das ist dann meistens so. Das sieht man zwischen vorne ziehen und man zieht hinten an die Wand. Das ist ein bisschen behindert. Ah, jetzt abbiegen in der Wand. Jetzt gehe ich immer geradeaus. Das ist ein bisschen behindert. Okay. Schienen die Arfe schon da hin? Schienen die Arfe schon. Schienen die Arfe schon da hin? 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. I don't want to die. You're obviously very lonely. I don't want to die. I don't want to die. I hope you sleep well at night. I don't want to die. 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 I don't want to die.